Nach dem Telefonat ging er nach oben in die Kantine und weiter auf die Terrasse, um einen klaren Kopf zu bekommen. Er rauchte zwei Zigaretten hintereinander. Die Skelette hatten lange in der Nordmarker gelegen und konnten sicher noch ein paar Minuten warten. Als er von der Dachterrasse zurückkam, hatte er drei neue E-Mails bekommen. Eine aus der Personalabteilung, die ihn an das bevorstehende Sommerfest erinnerte, eine Newsletter und die Mail von den Kripos-Leuten mit dem Excel-Anhang. Tommy sprach ein stilles Gebet, bevor er die Tabelle öffnete. Die Liste war länger als erwartet, aber die vermissten Meldungen standen wenigstens in einigermaßen chronologischer Reihenfolge. Irgendjemand war überdies auf die glorreiche Idee gekommen, ein Kommentarfeld anzufügen, sodass man sich in dem Elend schneller zurechtfand. Ein paar kurze Stichworte über den jeweiligen Fall in Verbindung mit dem Aktenzeichen waren besser als nichts. Tommy hatte bislang nicht oft mit vermissten Sachen zu tun gehabt, wusste aber, dass Menschen, die während des Krieges verschwunden waren, häufig für tot erklärt und erst nach 1947 wieder in die vermissten Karteien aufgenommen worden waren. Sollten die drei Personen aus der Nordmarca später per Dekret für tot erklärt worden sein, stünden sie demnach nicht mehr auf dieser Liste. Oder doch? Tommy griff zum Telefonhörer, legte dann aber wieder auf. Er blieb einen Moment sitzen und starrte auf die Tabelle. Sie suchten nach drei Menschen, die gleichzeitig verschwunden waren. Aus der Region Nordmarca, sofern sie nicht aus einer anderen Gegend kamen und dort nur zufällig im selben Grab beerdigt worden waren. Aber das war wenig wahrscheinlich. Wie beförderte man drei Tote so tief in den Wald? Und wie alt waren die Knochen? Was hatte der Rechtsmediziner gesagt? Tommy blätterte durch die Unterlagen, obwohl er die Antwort kannte. Wann, zu welcher Zeit war es möglich gewesen, drei Menschen mitten im Wald hinzurichten? So etwas konnte nur während des Krieges passiert sein. Er starrte auf den Bildschirm, bis die Buchstaben vor seinen Augen zu verschwimmen begannen. In seinem Hinterkopf meldete sich ein Gedanke, nahm aber nicht richtig Form an. Verdammt, fluchte er, so schwer konnte das doch nicht sein. Er riss sich los und ging in die Kantine, um sich ein Baguette zu kaufen. Exakt in dem Moment, in dem er die Tür zur Dachterrasse hinter sich ins Schloss fallen hörte, wusste er, was durch seine Gedanken gegeistert war. Er schob die Zigarette zurück in die Schachtel, riss die rote Tür wieder auf und wäre fast mit einem Mann kollidiert, der nach draußen wollte. »Sorry«, murmelte Tommy und klemmte sich das Baguette unter den Arm. Er lief am Fahrstuhl vorbei, schob einen anderen Mann zur Seite und stürmte über die Treppe nach unten in sein Büro. »Da«, dachte er, und warf das Baguette in den Papierkorb unter seinem Schreibtisch. Das mussten sie sein. Nur diese drei Personen waren an ein und demselben Tag, am 28. September 1942, vermisst gemeldet worden. Cecilia Landet, geboren 16. März 1934, Agnes Gerner, geboren 19. Juni 1918, Johanne Kaspersen, geboren 5. November 1915. hopefully auch um 26. Juni 1915. capberin